4 Teams kann noch mal ein bisschen was durcheinander mixen. Ja für Dings reicht es nicht für Lusti, aber unter uns wird es spannend. Es sei denn wir sind in einem Team. Ich hab Johnny im Team, ey. Ach so, ja, der ist ja gut. Ich bin nicht auch irgendwie. Können wir Schnackels bitte tauschen? Ich will den nicht. Kann ich den nicht sagen? Schnackels raus. Johnny, kannst du ein Team, ich will nur mehr. Was machst du denn da noch mal ausgedecht? Wir haben ja auch gleich aufgeteilt, ey. Was soll das? Erstmal gucken, was wir hier tun. Jungen. Wie heißt das Team vor 8? Äh, steck das Team vor 8. Na, wir haben noch mal. Ah, wollte die Renu machen. Da hast du die Waffe. Ja, natürlich wieder Renu. Ne, Boxi. Wechsel auf Waffe, Caesar. Oh, Gottes Willen. Hö, ich kann nicht schießen. Oh, fuck. Hö, jetzt kann ich wieder schießen, lol. Hä, was ist denn das, lol? Noll. Noll, ne, Boxi. Ich kann nicht schießen. Waffe wechseln. Waffe wechseln. Waffe wechseln, dann gehts wieder. Ja, von hinten. Ja, ich kann auch nicht schießen. Na, tolle Wurst. Waffe wechseln, dann geht es wieder. Waffe wechseln, dann geht es wieder. Ja, auch gar nicht schießen. Okay, locken wir doch nicht weg. Waffe wechseln. Noll. Nein. Chevy ausgültig. Ich habe auch gerade genau in dem Moment den Fehler bekommen, ne. Oh, Gott, 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 du hat mich aber weggepustet. Nein, Helka, du Mistkrippel. Ja, natürlich. Renu, du, sein Gesicht. Ich habe dich vorher auch schon gekillt. Ich habe gerade zweimal in meine Falle gelaufen. Echt? Ja. Nein. Nein. Ja, das waren doch klein. 20 Leute vor mir alle. Ja. Blaise, was gehören? Ja, nachgekriegt wenigstens. Alles noobs in der Lose. Renu. Ach, Mann, Chevy. Ach, Mann, Chevy. Ach, Mann, Chevy. Ach, Mann, Chevy. Aufpassen, von rechts, Sessi? Ja. 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 Fauste, was war das für ein Turn on, Alter? Ach, Semko, Mädel. Holy shit. Ach. Komm. Hey. Das ist doch eine knappe Sache hier, ey. Okay, danke. Vor allem Gianni und Renu, ja, das stimmt. Ja, ist klar, Digga, ich bin erstmal gespawnt. Was, Chiro? Ja, ich habe gerade beschissenes Spawnt. Nee, äh, Blaze. Ja, komm. Ja. Oh, Renu. Renu, hast du gehört? Was? No, Tobi ist das schon. Tobi muss man ein bisschen durchziehen. Tobi! Wie jetzt, Tobi? Wie jetzt, Tobi? Tobi, wir brauchen dich. Tobi, wir brauchen dich. Tobi, ich kann das alles nicht mehr. So viel Stress. Wir halten das mit Reni nicht mehr aus. Mann, ich kann keine Aim, oder was? Halt deine Fresse. Ah, Johnny. Ich muss noch mal. Richtig reinschwitzen jetzt. Richtig reinschwitzen. Richtig reinschwitzen. Boah, hinter mir was. Celine, sehr willkommen, nochmal reinschwitzen. Ja, hinter mir auf einmal. Ja, komm, Leute. Weiter, 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 weiter. Au, von links. Johnny kommt. Ah, Renu. Hinter mir. Na, ah, fuck. Viel zu spät. Ich bin schon ein Fehler. Ja, ich hab dein Kopf nicht getroffen. Hinter uns. Hey. Nein, ich bin down. Ach, Gott. Loll. Loll. Wir sind zweiter hier jetzt aufpassen. Was macht das denn nicht? Ja, recht. Ich bin tot. Mit der Waffe geht gerade richtig gut rein. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Zwei Schritte mitlaufen. Ja, ich bin tot. Ja, komm. Malibu macht doch nicht so dreckig. Malibu ist die vernünftig bitte. Ey, ich spawn doch gerade erst da. Er wird nicht an, da wollen wir schon wieder mahnen. Oha, Renu. Ey, wo denn? Mann. Ey, ich bin in mitten von euch gespawnt, alter. Was war das denn? Hey. Most rated. Oh, jetzt muss ich. Ich werde nicht überwenden. Ich finde, der Renu dafür kommt aber Johnny. Fuck. I've left in fame. Hä? Okay, bei mir ist es. Ich hätte gerade sagen. Auf jeden Fall. Aber war nicht geil. I've left in fame. Ey, wir sind zweiter. Wir sind auch aufpassen. I've left in fame. I've left in fame. Woop, woop. Stasen. Ackum. Oh, wie ist hier noch an, alter. Wie sieht es hier an? Das ist gar nicht so. Ich dachte, es war ja aufpassen. Jetzt habe ich den Hops genommen. Moin, 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 leute. Was ich von links? Ja. Hinter uns. Stirb doch jetzt, alter. Was ist mit dem los? Hallo Renu. Ein Punkt, Leute. Ein Punkt. Wer ist denn da so komisch gerade gefallen? Boah, wer steht denn da? Kannst du Renu bitte aus der Kur werfen? Nix ist. Ey, ich bin gerade gespawnt, Junge. Ich möchte noch ein Spawn-Shop sein. Das ist so lächerlich. Vorst du 840 Zuschauers. Ja, 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 ja. Ich wurde gerade von jemandem geradet. Krass. Willkommen, Leute. Füll den Arsch gerattet. Ey, darf ich denn so vielmein einfach sagen, indem ich so richtig schimpfe und sowas um mich pulle? Nein, das darfst du nicht. Werden wir jetzt fame? Mann, oh. Vorst du wird fame. Scheiße. Vorst du wird fame, wenn er fame wird. Ja, ja. Vier Punkte hinten, Leute. Ja, das geht in die Trends. Ach, Jesse steht hinter der Wand. Ich aim auf Jesse, Digga. Was soll denn dieses scheiß Game, meinst du? Ey, das ist hinterangst born, Junge. Rettnis Renu. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fuck, fuck. Oh, klar, 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 klar. Wir sind mit Granaten. Wir sind, also ich konnte mich nicht mal auf ein Gänger konzentrieren. Ah, nicht direkt, 6. Ich bin direkt neben schon. 686. Ich bin natürlich von hinten. Ich finde die Raid-Maus. Ach, fuck. Danke, Maus. Danke, Maus. Nein, warum lebt dann auch? So kleine Peach. Ja, danke. Toad. Komm ganz schön spät. Toad und Verderben. Auffassen hinter uns. Oh, Gottes Willen. Schnaggels hinter uns. Zwei Punkte, Leute. Ich brauche den Korn an da, Alter. Schnaggels da, wo ich... Nein, du bist doch schon wieder. Wir packen das. Ah, ich bin tot. Mann, Schnaggels, ich sag doch hinter uns. Ja, komm. Nein, da kommt wieder einer hinter mir. Diese Karte ist auch immer nur weird. Ach, Junge, Alter. Ach, Blackie. Komm, nimm den, ja. Ja, klar. Ja, klar. Ja, komm, Renu. Ach, Blackie. Wie geht's euch so alles fit? Nein, von hinten, nicht hinter uns. 100, 101. Ey, der stirbt, ey, der stirbt nicht. Oh, Johnny. So, jetzt. Ey, die Kita wieder keine Headshots. Ja. Junge, ich habe komplett sein gesamtes Gehirn zerfetzt. Ihr kriegt keinen Schaden. Nein, Javi, nein. Nein. Oh, sind die von rechts. 108. Dann ist ne Kita. Ja, komm. Ja, komm. Das ist ja voll anstrengend. Es ist richtiges Wetter hier. Echt? Mit vier gegen einen ist halt auch extrem crazy von wo die Gegner überkommen. Ja, Mann. Ja, genau. Ich habe gar nur von 11. Oh, ich habe noch, ich habe noch hier. Boah, Massi. Ey, ist so. Jason. Ey, jetzt hat mir jeder weggelegt. Ey, es kotzt mich so an. Ich stehe hinter mir. Fuck. Ich stehe hinter ihm und schieße einen 20 Schuss. Ja, hier oben ist noch die Enker. Ja. Kommt hier eine Explosion. Oh, von hinten. Jetzt kriege ich ihn nicht. Fuck. Nicht schlimm. Ah, da. Hinter mir. Nooo. Ach, und dann kommt. Ja, ich kriege einen EMS. Schieß auf den Boden. Ein Punkt. Ein Punkt hinten. Gucken. Ich komme die Kita. Ja. Weil ich kriege wieder kein EMS. Was ist das? Oh, ich kriege oh nix hin. Nein. Hey, der aimt auf Jesse nicht. Ich glaube, ich bin gerade dies. Ich weiß, ich sehe immer gar nicht, wo die Gegner sind. Ich kann auch gar nicht so viel auf die Karte gucken. Nein, das kann es nicht sein, ey. Digga, was hält dein Schädel aus? Ich kriege keinen Aim auf die Leute. Was ist das? Ja, ich habe gerade einen Desync. Das ist, als ob ich X-Leck ane habe gerade. Zehn vorne, Alter. Geil. Wir sind jetzt hinten, Leute. Richtig abgehängt. Zehn Punkte. Lass die auch fassen recht. Ja, aber ihr macht es mir egal. Oh nein, ey. Oh, Massi, ey. Jan, ich konnte ich nicht kämen, weil Massi hinter dir stand und ich plötzlich auf den gehampt habe. Wo ist er, wo ist er? Nein. Jetzt treffe ich dich noch nicht mal. Roll dich doch nicht zuerst zu sau. Demko links. Ne, hinter dir war einer. Ich musste. Zu weit weg kann ich dich annehmen. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, dich habe ich geholt. Kann es sein, du nicht? Kann es sein, du nicht? Sichtbar bin, Alter? Ihr seid mir, wenn ich sichtbar bin, Alter. Ich hab auf dem Körper die ganze Zeit geahmt. Ich hab nur dich, wenn ich noch gehofft. Ich hab nur dich, wenn ich noch gehofft. Scheiße. Jetzt hab ich dich. 6.1 Minute. Komm, 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 komm reinhängt. Nein. Weiter kommt, komm, komm. Hä? Lolf. Einmal noch mal richtig reinhängt, jetzt ein Minute. Vollgas. Hint uns, hint uns. Ah, verdammt. Faktor sind vier. Von links. Leit werden wir gerade leben gerettet. Wer wüsste die Granaten? Nein. Mann. Ich hab echt keine Aim in dieser Runde. Das ist so schlecht. Komm schon. Ja, ich hab jetzt noch Pech. Ja, beide wollen es dreiseitig, ey. Das war mir. Mach hier hinter mir. Das ist ausreichend. Das ist ausreichend. Ich hab so Pech mit dem Tor. Ich hab so Pech mit dem Tor. Ich hab die Deklusion nerven. Nein, ich wollte ich schlagen. Hey, drei Punkte, Johnny, drei Punkte. Drei Punkte, drei Punkte. Drei Punkte, drei Punkte. Drei Punkte, drei Punkte. Nein, Johnny. Ah, stark. Hände hier ran. Sieben Punkte. Sieben Punkte. Huch. Komm schon. Ein Punkt. Nein. Oh, Blacky, verdammt. Oh, einen hab ich noch mitgenommen. Elf Sekunden. Oh, gleich stand. Komm, alles. Wir können sich abgeben jetzt hier, die Scheiße. Komm, mach du mal Kills, mach du mal Kills. Johnny, Junge, das ist doch nicht wahr. Ja, du bist bei mir hinter der Wand. Komm, ja, Alter. Komm, ja, Alter. Jawohl. Ey, Johnny, du dummer Huren, Alter. Ich schlafe dir. Ich carry da rein. Ja, mein Scheiß-Game. Ein gesamtes Scheiß-Team. Und in der letzten Sekunde rennt Johnny hinter ne Wand und ich werd gekillt, Alter. Ne, ich hab dich gekillt, weil ich vor der Wand war. Dich hinter der Wand. Nein, Johnny. Stark. Nein, ich meine wirklich, du bist in dem Moment halt, ich schiesse auf dich, bin dabei auf deinen Kopf draufzuschießen. Bin ich schon morgen, bin ich schon. Und du bist in dem Moment in der Wand verschwunden, ich kann nicht mehr draufaimen und werd von der Seite mitgeholt. Ich konnte nichts mehr machen. Oh, nice. Alter, das war ein Krimi. Du hast die Vorhersage gewonnen. Danke, Johnny. Alter, das war ja das Finale, ne? Komplettes Scheiß-Team die ganze Zeit runter, ey. Du kannst noch so ein Live-Game spielen, aber das war jetzt einfach nicht. Ich küsse deine Augen. Ich komm bald wieder. Boah. GG, Marlon. Ja, ich kann das alles nicht mehr, Mann. Bitte, bitte komm wieder. Ich kann das alles nicht mehr. Gigi, Junge. Tobi, du stinkst. Gigi. Ich auch dich. Du stinkst. Tobi, ich hoffe, du bist zufrieden. Ey Faust, wir sind jetzt bei Halbzeit, oder? Junge. Was für Halbzeit? Von der Season? Ne, ist schon vierte Liste. Zwei kommen noch. Faust du, GG. Uh. Ja, stark. Stark lustig. Personally, bei His Come Fifti auf YouTube, способmn Nur Braunfotes. Da bist du vieles. Eu faço gesamte Gruppe raus, Untertitelung des ZDF, 2020